Ich habe keinen Bock mehr, also mir ist das egal. 30, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bam, guck mal auf meinen Lok. Siehst du, ich habe jetzt 32 auf dem Konto, ich habe 3 in der Hand. So, ich gehe jetzt mit 30 Millionen rein. No way, Alter. So, ist mir das egal, ich habe gerade verloren, weil ich erarbeitet habe. Start. K, er hat eine 7, und J, ich, ach! Nein. Ich habe 60 Millionen, guck, ich habe gerade 30 Millionen verdoppelt, ich habe gerade 30 Millionen verdoppelt. Das glaube ich jetzt nicht.